Hallo zusammen und willkommen zum heutigen Homewood. Wir starten mit einem sechs Minuten Arm-Rub, das heißt sechs Minuten so viele Runden wie ihr schafft. Zum Warm-Up 20 Arm-Raises, die müsst ihr nicht an der Wand machen heute, 10 Inch-Warm mit Push-Up, die Liegestütze könnt ihr wie immer auf den Knien machen, wenn ihr möchtet, 20 Lunch-Crossover, das heißt zehn rechts, zehn links, zehn Air-Squats und 20 Jumping Jacks, also Humphel-Männer. Das ganze zum Warm-Up sechs Minuten lang. Dann im Mobility-Part zwei verschiedene Stretches, einmal den Active Samson Stretch, 30 Sekunden auf jeder Seite und den Call-Off-Stretch für die Bade, auch 30 Sekunden auf jeder Seite. Dann seid ihr hoffentlich warm fürs Workout. Wir machen heute drei Runden auf Zeit, 400 Meter laufen, dann 21 Air-Squats, also Kniebeugen und zwölf Burpees. Also relativ simpel heute, aber umso anstrengender. Drei Runden auf Zeit, dann zum Cooldown drei verschiedene Stretches, den Trizeps-Stretch macht ihr eine Minute auf jeder Seite, den Couch- Stretch ebenfalls eine Minute auf jeder Seite und dann noch den Chest- Stretch ebenfalls eine Minute auf jeder Seite. So viel Spaß beim Schwitzen, ich hoffe ihr seid gesund. Wenn ihr wollt, markiert uns in euren Beiträgen, dann wissen wir, dass ihr am Start seid. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann!